Hallo, der David hier, habe gerade trainiert, Brust trainiert, das erste Mal wieder zurück aus Madrid und jetzt habe ich mir hier mal eine Frage vorgenommen von einem von euch, die mir auf YouTube in den Kommentaren gestellt wurde und zwar vom CryEngine100, er fragt, wenn ich längere Zeit vor dem Training nichts gegessen habe, nehmen wir mal an, 4-5 Stunden, reicht es, wenn ich mir vor dem Training BCAAs, Argenin etc. für den Muskelschutz zuführe oder sollte ich nach Möglichkeiten noch eine Mahlzeit dazwischen schieben, in Klammern, was leider nicht immer möglich ist, danke für die guten Videos in letzter Zeit, gerne, schönen Tag, guten Pump, ja also, 4-5 Stunden ist, finde ich, ein bisschen lang, jetzt schreibst du natürlich, was leider nicht immer möglich ist im Essen, da muss ich dann widersprechen, das ist dann doch immer irgendwie möglich, das ist eben eine Frage der Vorbereitung, also was ich zum Beispiel festgestellt habe, was ich immer gern mache, wenn ich nicht zum Essen komme, also was ich zum Beispiel festgestellt habe, wenn ich nicht zum Essen komme, was ganz gut klappt, oder anders angefangen, das Problem ist ja immer, wenn man jetzt kurz vorm Training sich dann noch irgendwas reinschaufelt, dann ist man während dem Training eben total voll und träge und hat einen Magen voll, was dann auch beim Training stört. Was ich in so Fällen gemacht habe, wenn ich jetzt wirklich 4-5 Stunden vorm Training nicht zum Essen komme, dann hatte ich bewährt so eine Handvoll Nüsse, sagen wir mal so 25 Gramm Paranüsse, die haben den Vorteil, dass man wenig, offensichtlich wenig Volumen im Magen hat, aber eben doch eine ganze Menge Energie, das spürt man ganz gut und dazu würde ich dann schon so einen kleinen Wayshake noch nehmen, weil ja nur so ein paar BCAAs ist dann denke ich ein bisschen wenig, kommen natürlich auch deine Ziele an, wenn du jetzt sagst, du bist am Abnehmen, dann kann man das natürlich so machen, wenn deine Priorität ist, Muskeln zu halten oder gar aufzubauen, dann würde ich so lange jetzt vorm Training nicht warten im Essen, also da solltest du dir irgendwas überlegen, also dass du dich irgendwie besser organisierst mit Shakes, mit Tupper-Schüsseln oder eben mit so kleinen Snacks, ja Nüsse sind gut, irgendwie eine Banane, ein bisschen Vape-Protein, vielleicht auch ein Riegel, Riegel sag ich immer ist jetzt kein Muss, manche Leute oder das kenne ich aus dem Geschäft so oder von Anfängern die Frage, ob man Eiweißriegel essen muss, natürlich nicht, aber es ist eben genau für solche Fälle, es ist eben doch eine gute Alternative, da ist ein bisschen Fett drin, ein paar Kohlenhydrate und Eiweiß in einer ganz guten Mischung in der Regel und das würde ich auf jeden Fall empfehlen dann noch, ja vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde vorm Training zu essen und ich denke dafür hat eigentlich, hat jeder die Zeit, egal was du jetzt für einen Job hast, also ich habe bei mir im Studio jemanden trainieren, der ist Chirurg, der arbeitet im OP und das lasse ich dann wirklich durchgehen, also wenn der da acht Stunden am operieren ist, da ist dir froh, wenn er zwischendurch mal einen Schluck Wasser trinken kann, da ist wirklich jetzt, das ist natürlich eine Situation, da kann man nicht einfach sagen, ja ich habe jetzt aber hier, ich bin auch im Aufbau, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde essen gehen, das lasse ich durchgehen, aber so in den meisten Fällen muss man dann noch zugeben, wenn man sich ein bisschen organisiert, ja wie gesagt, dass die Sachen vorkocht, einpackt, sich mit Regeln eindeckt, mit Shakes eindeckt, dann kriegt man das doch irgendwie am Tag nochmal hin, da gerade fünf Minuten ein paar Nährstoffe reinzuballern, dass man dann auch im Training richtig dabei ist. Ja, ich hoffe die Antwort hat dir geholfen, also nochmal zusammengefasst, nur ein paar BCAAs, wenn man vier, fünf Stunden nichts gegessen hat, ist denke ich zu wenig, vor allem wenn man eben beabsichtigt aufzubauen, dann empfehle ich da zumindest mal so 20, 30 Gramm Protein und dann wenn man das mit den Nüssen macht, 25 Gramm Paranüsse, da kommst du so auf 20 Gramm Fett, dann vielleicht noch eine Banane dabei, da hast du nochmal so gut 20 Gramm Kohlenhydrate, dann hast du was im Bauch, hast du entsprechend Energie und bist aber nicht jetzt so voll, dass da an der Beinpresse, dass da alle in Deckung gehen müssen oder so. Ja, hoffe das hat deine Frage beantwortet, an alle, besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, guten Pump, ciao.